Aber wir haben, finde ich, auch immer so ein bisschen so ein qualitatives Ding, beziehungsweise ich für mich sage dann auch bei vielem, nee, da fehlt für mich der Kick und ich möchte jetzt mich auch dort nicht dann eben im Preis geben. Dann mach doch Kampf der Reality-Stars. Ja, klar. Hast du vielleicht einen Kontakt? Da habe ich Kontakt, das kann ich dir gleich geben.